Mit jeder Minute, jeder Sekunde unseres Lebens altern wir. Die Lebensuhr scheint unaufhaltbar zu ticken. Die Verfallserscheinungen werden immer offensichtlicher, die Zufälle des Überlebens werden weniger. Ist das unser unausweichliches Schicksal? Am Ende lächelt der Tod uns alle an. Das Einzige, was wir tun können, ist zurücklächeln. Oder geht da doch mehr? Könnten Forscher das Altern überlisten und uns mehr Zeit verschaffen? Während traditionell der Tod die Domäne von Geistlichen war, ist er jetzt auch die von Forschern, wie es die vorwart. Er will den Tod aus der Welt schaffen, die Lebensuhr anhalten, vielleicht sogar zurückdrehen. Um zu verstehen, warum wir altern, hat der Genetiker Steve Horvath einen Blick in das Uhrwerk des Alterns geworfen und eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. In unseren Zellen tickt eine molekulare Uhr im Gleichtakt mit unserem Leben. Läuft sie schneller, sterben wir früher. Läuft sie langsamer, leben wir länger. In meinem Forschungsbereich geht es darum, sehr genaue Altersuhren zu entwickeln, die anzeigen, wie alt das Gewebe ist, wie alt die Organe des Menschen sind. Und ich kann natürlich dann sagen, dieses Gewebe ist jünger als das Gewebe. Und dann kommt sofort die Frage, warum ist dieses Gewebe jünger? Das heißt, wenn ich weiß, wie wir alt werden, dann kann ich das auch verhindern, dann kann ich auch das Rad zurückdrehen? Ganz klar. Also man muss unterscheiden, zurückstellen von verlangsamen. Ich denke, es wird natürlich viel leichter sein, das Ticken der Uhr zu verlangsamen. Das ist immer, das ist wahrscheinlich viel realistischer. Etwas zurückzuschrauben ist tatsächlich aber im Prinzip möglich. Horvath fand also heraus, dass in jeder Zelle eine Uhr tickt. Und er hat das Messinstrument entwickelt, mit dem er das biologische Alter des Menschen anhand chemischer Veränderungen an der DNA messen kann. Dafür braucht er nur ein wenig Blut, wie das von seiner Frau Laura. Das Alter messen wir in Jahren, doch wie alt ist seine Frau wirklich? Steve misst Loras epigenetisches Alter, das, was nicht in ihrer Geburtsurkunde steht. Laut dieser ist sie 39. Laura wird sich freuen. Steve findet heraus, biologisch ist sie drei Jahre jünger. Seit vielen Jahren forscht Horvath in Los Angeles an der mathematischen Formel des Lebens. Den gebürtigen Frankfurter zog es in die USA, weil Forschung dort mehr Freiheiten genießt. Menschen verjüngen. Warum denn nicht? Diese Mentalität hat ihn gereizt. Seit 30 Jahren arbeitet der gebürtige Hesse in den USA und ist mittlerweile der berühmte Erfinder der sogenannten Horvathschen Uhr. Doch man kann sie weder anfassen noch sehen. Denn sie tickt in den Körperzellen und besteht aus einer mathematischen Formel. Mit dieser wertete Horvath die Gendaten von 8000 Menschen aus. Den Tod mit moderner Medizin zu überwinden, ist ein alter Traum aus einer Zeit, als Steve noch Stefan hieß und im Fischbachtal im Taunus wohnte. Schon als Jugendlicher träumte er hier vom ewigen Leben. Es ist schon überraschend, dass ich so als Bub aus Fischbach nach Los Angeles gekommen bin. Aber ja, ich habe sehr viele Wanderungen hier gemacht. Und dann, ich habe immer über mein Leben nachgedacht, was ich erreichen will, was meine Ziele waren und so. In dem Sinne war es nicht überraschend, dass ich am ewigen Leben arbeiten werde. Aber dass ich nach Los Angeles gefahren bin, das war sehr überraschend für mich. Dass Horvath die Lebensuhr entdeckte, hat vor allem mit seinem eineigen Zwillingsbruder Markus zu tun. Ich bin ein eineiger Zwilling. Mein Bruder ist homosexuell. Warum ist er homosexuell und ich nicht? Ich analysiere die Daten und da ist kein Unterschied. Diese Daten erklären einfach nicht, warum Leute homosexuell sind. Er hatte dafür die chemischen Veränderungen an der DNA untersucht. und machte dabei noch eine ganz andere Entdeckung. Ich wende die Algorithmen an und ich falle fast vom Stuhl, als ich die ersten Ergebnisse sehe. Weil in diesen Metallisierungsdaten war ein riesiges Signal fürs Altern. Und da ging sofort bei mir ein Licht auf und ich habe gesagt, wow, diese Daten sind sehr gut für die Altersforschung. Sofort fragten wir uns, können diese Daten vorherbestimmen, wie lange man lebt? Können sie? Ja, kann man, ja. Horvath stellt einen uralten Glaubenssatz in Frage, dass das Altern unumkehrbar ist. Täglich nimmt unser Erbgut Schaden. Zunächst kann unser Körper vieles reparieren. Doch in den Genen tickt eine molekulare Lebensohr. Läuft die Zeit ab, verlieren unsere Zellen die Fähigkeit zu funktionieren. Dieses Verfallsdatum will Horvath außer Kraft setzen, indem er die Gene wieder aktiviert. Der Forschungszweig, der sich mit diesen biochemischen Veränderungen der DNA beschäftigt, heißt Epigenetik. Der große Unterschied zwischen Genetik und Epigenetik ist, dass Genetik ist sozusagen festgefügt und kann eigentlich nicht verändert werden. Im Gegensatz ist es recht einfach, epigenetische Muster zu verändern. Epigenetische Veränderungen passieren im Körper von selbst, werden aber auch von außen beeinflusst. Rauchen, Umweltgifte, Stress und Ernährung können zu Fehlern in der epigenetischen Software führen. Die Welt fließt sozusagen durch uns hindurch. Es gibt natürlich den traditionellen Ansatz, der heißt, mache Sport, bewege dich, esse Gemüse und all das. Dieser Ansatz, den jeder verfolgen sollte, ich verfolge den, der hat leider keinen großen Effekt, ist einfach so. Der epigenetische Ansatz ist eigentlich viel radikaler, weil er erfordert Medikamente, er erfordert vielleicht Hormone oder was auch immer. Also er erfordert Eingriffe, die gehen sozusagen auf die unterste Ebene der Zelle. Dafür muss man jedoch wissen, wie fit die Zelle ist. Genau das misst Horvath und zwar so exakt, dass er damit die internationale Fachwelt verblüfft. Auch der jener Altersforscher Christoph Englert könnte Horvaths Lebensuhr gut gebrauchen. Der Wissenschaftler experimentiert an Fischen. Die ist eben extrem genau, vermutlich eine der genauesten Uhren, die es heute überhaupt gibt. Die hat auch eine Bedeutung sicher für die Altersforschung. Wir verwenden diese epigenetischen Marker zunehmend jetzt auch beim Fisch. Denn vieles, was menschliches Altern ausmacht, findet sich auch in Fischen wieder. Altersforscher Englert schaut ihn buchstäblich unter die Haut. Dafür hat er eigens einen durchsichtigen Fisch gezüchtet. Alle Tiere inklusive des Menschen sind undurchsichtig. Die inneren Körpervorgänge können wir nicht visualisieren. Dazu brauchen wir einfach Transparenz und es gibt eben fantastische mikroskopische Methoden. Der Fisch hat besonders gute regenerative Eigenschaften. Das macht ihn für die Altersforschung so interessant. Ich glaube, das ist auch eines der wesentlichen Begrenzungen des Alters des Menschen, dass unsere Organe eben zum Teil sehr schlecht regenerieren. Die Niere zum Beispiel regeneriert wahnsinnig schlecht. Bei den Fischen regeneriert die wiederum sehr gut. Und wir würden gerne von anderen Tieren unter anderem Fischen lernen, was denn eigentlich zur besseren Regeneration beiträgt, um später mal vielleicht auch bei Menschen die Regeneration von einzelnen Organen anregen zu können. Auch in Jena ist man also dem Geheimnis des Alterns auf der Spur. Doch was darf Forschung? Wie weit ist man in Deutschland? Wie weit in den USA? Horvath hat das Uhrwerk entdeckt, das den Takt vorgibt. Es zeigt, wo in unserem Erbgut die Rädchen des Alterns laufen. Die Hoffnung ist, dass wir bald vielleicht Medikamente haben, die dieses Alte dann zurückschrauben können. Darum geht's. Jemand kommt rein, das Alte ist zu alt und wir geben eine Pille und diese Person lebt länger. Horvaths Traum ist der Traum vieler, vor allem in den USA. Für viele Menschen dort gleicht das Leben in der Gewissheit des Todes, dem Versuch, die Fahrt auf einer Straße zu genießen, von der man weiß, dass sie direkt auf einen steilen Abhang zuführt, während eine Substanz bewirken könnte, dass wir eine Wendemöglichkeit finden. Der Tod ist eine Kränkung für viele Tech-Milliardäre, die sich alles kaufen können, nur nicht das ewige Leben. Ich möchte ewig leben oder wenigstens eine lange Zeit. Natürlich sind mit jedem medizinischen Eingriff Risiken verbunden. Ich denke aber, dass das Risiko größer ist, wenn ich gar nichts mache. Bisher lebt ja niemand ewig. Paul Heineck will sich mit dem Alter nicht abfinden. Deshalb nimmt er an einem spektakulären Menschenversuch teil. Also, wenn ich lange leben will, muss ich etwas wagen. Der 56-jährige Top-Manager ist einer von neun Probanden, die mit Medikamenten epigenetisch verjüngt werden sollen. Es wäre das erste Mal, dass so etwas beim Menschen gelingt. Dieses weltweit aufsehenerregende Experiment hat das kalifornische Start-up Interven Immune entwickelt. Das Unternehmen will den Thymus wiederbeleben. Eine Drüse, die unter dem Brustbein liegt und das Immunsystem fit hält. Leider verkümmert diese Drüse schon in jungen Jahren. Der Thymus ist wichtig. Er trainiert unser Immunsystem. Aber schon in jungen Jahren beginnt er zu verschwinden. Trotzdem funktioniert das Immunsystem bis 65, 70 relativ gut. Aber dann baut es massiv ab. Und das fällt dann mit einem starken Anstieg des Krebsrisikos und Infektionen wie etwa der Grippe zusammen. Gelingt es den Forschern, den Verfall der Thymusdrüse zu stoppen, könnte man das Immunsystem bis ins hohe Alter stärken. Um den Thymus zu regenerieren, wird sich Paul eine Tinktur aus zwei Wachstumshormonen und einem Diabetesmittel spritzen. Ein Arzt erklärt ihm, wie es funktioniert. Es wird sie nicht wieder 16 machen, aber es wird ihr Immunsystem verjüngen, was vielleicht der Teil ihres Körpers ist, der am schnellsten eitert. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie das zu Hause machen können. Sie müssen das viermal in der Woche spritzen. Dieser Stift ist ein Hormonstift. Er enthält Wachstumshormone. Dosieren können Sie das so. Sie sagen mir, welche Dosis ich spritzen soll? Richtig. Jede Injektion nährt Pauls Hoffnung auf Verjüngung. Ein Jahr lang spritzt sich der Unternehmer viermal pro Woche die Tinktur. Wir glauben, dass diese Behandlung in der Zukunft Menschen vor Alterskrankheiten wie der Lungenentzündung oder anderen Infektionen schützt. Was ist mit Schlüssel vergessen? Da hilft es nicht. Mit Paul hat die Ära der Menschenversuche in der epigenetischen Verjüngungsforschung begonnen. Allerdings, diese Testreihe ist klein und nur Männer zwischen 50 und 65 nebenteil. Und ist die Thymuserneuerung tatsächlich ein Schlüssel zur ewigen Jugend? Das Startup hat Steve Horvath engagiert. Denn nur mit seiner Uhr lässt sich zeitnah beweisen, ob Pauls Zellen tatsächlich jünger geworden sind. Horvath findet den Thymusansatz sehr sinnvoll. Der Mensch braucht unbedingt ein sehr gutes Immunsystem. Wenn ein Mensch kein Immunsystem hat, stirbt er wahrscheinlich innerhalb von ein paar Tagen. Und das ist natürlich das Problem beim Älterwerden. Das Immunsystem eines 20-Jährigen wäre natürlich sehr wünschenswert in einem 80-Jährigen. Die Frage ist, wie erreichen wir diesen Zustand? Paul fühlt sich schon nach wenigen Infusionen vitaler, sagt er uns. Aber wurde er wirklich verjüngt? Er wird es bald erfahren. Doch rechtfertigte Eingriff an einem gesunden Menschen mögliche Risiken und Nebenwirkungen? In den USA sieht man eher die Chancen. In Deutschland, an der Uniklinik Jena, auch die Risiken. Wo Zellen wieder aufgebaut werden, wo eine erhöhte Regeneration in ein Gewebe kommt, das eigentlich nicht regeneriert werden soll, da können auch Dinge geschehen, die wir nicht beeinflussen können, Autoimmungeschehen, aber auch bösartige Erkrankungen. Hormonelle Therapien können gleichzeitig auch das Wachstum von Krebszellen fördern, warnt der Genetiker Christoph Englert. Die Infusion von Wachstumshormonen ist, glaube ich, das Letzte, was ich mir antun würde. Es gibt zum Beispiel einen Zusammenhang bei Hunden, Big Dogs, Die, Young. Die großen Hunde haben viel höhere Spiegel natürlich als den Wachstumshormonen. Insofern würde ich meine Finger davon lassen. Fest steht, wer das Verjüngungselixier findet, dem gebührt Ruhm. Und der Quell der Jugend wäre auch der des Geldes. Deshalb konzentrieren sich Investoren auf die Biotechnologie. Die Entschlüsselung der Biologie ist die nächste Weltveränderungsidee in Kalifornien. Der Mensch, eine Rechenaufgabe. Riesige Datenmengen auszuwerten wird jeden Tag leichter, die Rechenkraft explodiert. Und wer beherrscht all das besser als die Tech-Riesen? Google hob 2013 einen Biotech-Ableger namens Calico aus der Taufe. In der Firma tüfteln mehr als 100 Wissenschaftler an der Unsterblichkeit. Eigentlich spricht Calico nur äußerst selten über seine Forschung. Die Versuche gelten als ultrageheim. Altersforscherin Shelley Baffenstein gehört zum Hauptstab bei Calico. Sie erlaubt exklusiv einen Einblick in ihr Forschungsfeld. Ich hoffe, dass wir mit größeren Datenmengen und künstlicher Intelligenz in der Lage sein werden, dem Altern auf den Grund zu gehen. Ich glaube wirklich, dass wir während meiner Lebenszeit grundlegende Fortschritte machen werden, das Altern zu verstehen und zu verlangsamen. Sind wir an einem Wendepunkt? Wir sind fast am Wendepunkt. Es gibt noch eine Menge Arbeit, aber wir sind nah dran. Helfen sollen dabei die riesigen Rechenkapazitäten von Google. Baffenstein forscht seit über drei Jahrzehnten am Nacktmull, ein ostafrikanisches Nagetier, das unter der Erde lebt. Hier hat es die Evolution schon vorgemacht. Nacktmulle scheinen nicht zu altern. Sie bekommen keinen Krebs, kein Alzheimer, keine Herzkrankheiten. Wir haben uns die Herzfunktion angeschaut. Sie verändert sich nicht mit dem Altern. Wir sind auch auf die molekulare Ebene gegangen und wir haben kaum Änderungen beim Altern festgestellt. Mäuse werden maximal drei Jahre alt. Nacktmulle schaffen es auf das Zehnfache. Das ist so, als würde der Mensch kerngesund 600 Jahre alt. Dieses Tier kommt dem Ziel eines gesunden, langen Lebens erstaunlich nahe. So wurde der Nacktmull zum Hoffnungsträger der Wissenschaft des Alterns. Aber verfügt er auch über den Schlüssel zur ewigen Jugend? Sie haben einen Weg gefunden, die Vergreisung umzukehren. Sie zeigen kein erhöhtes Risiko zu sterben. Aber wissen Sie, warum die nicht altern? Das ist meine Multimillionen-Dollar-Frage. Und ich hoffe, dass ich während meiner Arbeit für Calico die Antwort finde. Ich glaube nicht, dass wir die Zeit komplett zurückdrehen können. Aber wenn wir immer 30 bleiben, wäre das nicht genug? Irgendwann müsste es doch möglich sein, alterslose Menschen zu schaffen. Warum? Es gibt ja schon jetzt die Nacktmulle, die zumindest oberflächlich gesehen nicht altert. Und da ist die Hoffnung, dass man diese molekularen Prozesse, die in diesem Tier arbeiten, so adaptieren kann, dass Menschen auch erheblich länger leben. Doch hinter die Türen von Calico darf Horvath nicht blicken. Deshalb trifft er Vera Gobunova. Sie erforscht Nacktmulle am Institut für Altersforschung in Rochester. Die Biologin glaubt, den Stoff, der den Nacktmull ewig jung hält, gefunden zu haben. Hyaluron. Das Hyaluron ist ein Hauptfaktor dafür, dass die Nacktmulle langsamer altern. Hyaluron ist auch im menschlichen Gewebe enthalten, aber in extrem geringeren Mengen. Und mit einem anderen Zweck. Aber wir können von Nacktmullen lernen und so ihre Strategie auf Menschen übertragen. Doch wenn der Nacktmull kaum altert, keine Krankheiten bekommt, woran stirbt er dann? Meist sterben sie beim Kämpfen. Eigentlich sind sie ja friedlich. Aber weil es nur eine Königin gibt, verursacht das natürlich gewisse Spannungen. So sterben sie meistens durch Kämpfe. In diesem Sinne wären Nacktmulle vielleicht doch kein gutes Modell für den Menschen. Aber ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten will Gorbunowa noch genauer erforschen. Und Horvath wird helfen, herauszufinden, warum Nacktmulle so langsam altern. Bei Google fließen riesige Summen in die Verjüngungsprojekte wie die Erforschung der Nacktmulle bei Calico. Insgesamt 15 Mrd. Dollar hat der Internetgigant bisher in diesen Forschungszweig investiert. Kritiker warnen, dass die Profiteure letztlich nur wenige Wohlhabende oder eine Handvoll US-Konzerne sein werden. Wird gesundes Altern zum Statussymbol? Wie viel kostet denn das ewige Leben? Unsere Hoffnung ist, dass das ewige Leben nicht teuer sein wird. Und das hängt natürlich ab von der Therapie. Eine Bluttherapie beispielsweise mit Blutplasma, die wäre ja recht teuer. Nur anfänglich. Die Firmen arbeiten natürlich daran, herauszufinden, welche Stoffe im Blut diesen Verjüngungseffekt bewirken. Und dann könnte man die wahrscheinlich sehr billig herstellen. Künstlich praktisch? Künstlich herstellen, ja. Tatsächlich ist Blut ein ganz besonderer Saft. Das Blut weiß fast alles über den Körper, etwa ob er krank ist, jung oder alt. Blut ist ein flüssiges Organ, über das alle anderen Organe und Gewebe miteinander kommunizieren. Es enthält ein Sammelsurium aus Proteinen, Hormonen, Nähr- und Abwehrstoffen. Fast die Hälfte unseres Blutvolumens besteht aus Zellen. Einige Wissenschaftler glauben, die Jungbrunnen-Essenz im Blut identifiziert zu haben. Junges Blut gilt als das Verjüngungselixier. Besonders aufsehen erregte die Entdeckung des Hirnforschers Tony Weiss-Corey. Wir treffen den Stanford-Professoren für Neurologie in seiner Firma im kalifornischen Menlo Park. Der Hirnforscher will Alzheimer heilen. Das Gehirn ist sehr interessant. Wenn man jetzt versucht, das Gewebe vom Blut aus zu verjüngen, dann weiß man ja, das Gehirn braucht 20 Prozent des Blutes. Das macht es unter Umständen möglich, dass das Gehirn ein gutes Organ ist, das man verjüngen könnte. Wenn man jetzt vom Blut aus diesen Ansatz nimmt. Das macht es einfach mit jungen Blut, das Gehirn zu verjüngen? Ja, falls das wirklich funktioniert in Menschen. Bei Mäusen funktioniert es bereits. Das hat Weiss-Corey mit Experimenten bewiesen, die ihn über Nacht berühmt gemacht haben. Er nähte eine alte und eine junge Maus zusammen und verknüpfte ihre Blutkreisläufe. In den USA ist das erlaubt. Die junge und die alte Maus teilen sich nun dasselbe Blut. Dann trennt er die Mäuse wieder. Das jugendliche Blut, das durch die Adern der alten Maus pulst, lässt ihre Muskeln straffer, ihr Herz kräftiger werden. Ob braune oder weiße Mäuse, sie alle wirken verjüngt. Denn das junge Blut macht ihre Organe leistungsfähiger, sogar das Gehirn. In Labyrinth-Tests irrte diese altersschwache Maus zunächst minutenlang herum. Nachdem sie junges Blut bekam, findet sie ihr Futterloch auf Anhieb. Wenn wir dann die Gehirne dieser Mäuse anschauen, dann stellen wir fest, dass die weniger Erzündung haben. Die haben mehr Stammzellen, die haben mehr neuronale Aktivität. Und die sehen allgemein aus wie jüngere Gehirne. Also, als ob wir da wirklich das Alter des Gehirns in die jüngere Zeit verschieben. Aber wie können vom Alter erschöpfte Zellen plötzlich ihre Jugendlichkeit wiederfinden? Im jungen Blut finden sich Substanzen, die die Stammzellen vital halten. Im alten Blut dagegen kreisen Stoffe, die sie stilllegen. Welche Bestandteile im Blut die Lebensuhr rückwärts laufen lassen, das erforscht Corys Firma. Anfangs haben wir Mäuse mit dem Mausblut behandelt. Dann haben wir Mäuse mit menschlichem Blut behandelt und haben zeigen können, im menschlichen Blut gibt es Faktoren, die eine alte Maus jünger machen können. In der dritten Stufe nun haben wir direkt humanes Blut von jungen Spendern, haben wir Alzheimer-Patienten gegeben. Und wie kann man herausfinden, ob die Gehirne dadurch wirklich verjüngt werden? Wenn wir jetzt das auf molekularer Ebene beweisen möchten, dann könnten wir tatsächlich diese epigenetische Uhr, die Dr. Horvath beschrieben hat, brauchen. Bisher hätten die Forscher auf den Beweis Jahrzehnte warten müssen. Mit Horvaths Uhr würde das viel schneller gehen. Doch manchen geht selbst das nicht schnell genug. Kaum wurde die Wirkung des jungen Blutplasmas auf die alten Mäuse bekannt, ließen reiche Tecmo-Gule aus dem Silicon Valley junges Blut in ihre Adern pumpen. Und Scharlatane witterten das ganz große Geschäft. Eine Firma bot versuchsweise literweise junges Blutplasma an, für bis zu 8000 Dollar. Der Firmenchef warb, wie ein Ölwechsel beim Auto sei das, und selbst seinen Eltern verabreichte er frisches Blut. Schließlich stoppte die US-Gesundheitsbehörde diese Geschäftsidee. Sie würden sich jetzt selbst nie junges Blut spritzen? Nee, ganz sicher nicht. Ich möchte dieses Resultat zuerst sehen. Weil, auch wenn das nicht schädlich ist, möchte ich zuerst wissen, ob das einen Effekt hat. Ich nehme nicht einfach irgendein Medikament, nur weil es nicht schädlich ist. Ich nehme nur ein Medikament, wenn ich es brauche. Horvath findet, es komme auf das Alter an, indem man solche Therapien ausprobiert. Nehmen wir meinen Vater, der ist jetzt 86 Jahre alt. Wenn mein Vater gar nichts macht und nur das gesunde Leben lebt, hat er natürlich ein sehr hohes Risiko, bald zu sterben. In dem Sinne, nichts tun ist auch sehr gefährlich. Das hängt von der Person ab. Wenn diese Methode funktionieren würde, ich wäre der Erste, der meinen Vater dahinfliegen würde und sage, mach diese Transfusion. Das globale Geschäft rund um den Kampf gegen das Älterwerden ist eine Milliardenbranche. Ein riesiges Geschäftsfeld. Und Risiken sind schnell verdrängt, wenn die ewige Jugend lockt. Es ist immer die Frage, würde ich das selbst machen lassen? Meine Antwort ist auf keinen Fall. Denn ich weiß ja gar nicht, was sonst in dem Blut einfach noch drin ist. Da wird ja nicht alles getestet. Und ich hätte auch gewisse Sorge vor infektiösen Geschichten, die da drin sind, die man vielleicht noch gar nicht kennt, die man nicht detektieren kann. Also da wäre ich auch sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ganz grundlegend ist jeder Eingriff, jedes Medikament, das wir geben oder jeder direkte Eingriff am Körper des Patienten, potenziell juristisch erstmal eine Körperverletzung, es sei denn, sie ist medizinisch indiziert. Das ist bei Patienten, die wirklich eine Krankheit haben, ganz klar der Fall. Blut kann Leben retten. Deshalb arbeitet auch Hämatologe Florian Heidel mit frischem Blut. Aber nicht, um Gesunde zu verjüngen, sondern um Kranke zu heilen. Sein Patient leidet an einer Blutbildungsstörung. Der Akku ist leer oder man ist total am Limit. Man hat immer so das Gefühl, man kippt gleich um. Guntram Schönfeld ist einfach nur froh, dass er immer wieder frisches Blut bekommt. Ich bin ja jetzt echt dankbar, dass es da genügend Leute gibt. Die Blutspenden. Ja, einfach das, ich könnte ja auch hier liegen und es ist kein Blut da für mich. Das ist schon, ja, ein Geschenk. Skandalös findet er es, wenn sich gesunde Menschen frisches Blut kaufen. Jetzt der Millionär sagt, okay, ein großer Manager, ich probiere das jetzt aus, dann wäre ich 100 Jahre alt und der Arme, der ist ja dann egal. Das darf nicht zum Kommerz ausarten, sondern wirklich für die, die es notwendig haben. Für ihn ist das überlebensnotwendig. Das frische Blut soll seine eigene Blutbildung wieder in Gang bringen. Sollte das nicht möglich sein, dann müssen wir mit einer Stammzelltherapie, mit einer Transplantation von Stammzellen von einem anderen Menschen das Immun- und Blutsystem neu aufsetzen. Das heißt, wenn Sie Ihren Patienten jetzt Stammzellen von einem 20-Jährigen geben, wird er epigenetisch, biologisch verjüngt? Wir versuchen natürlich, den Patienten Stammzellen zukommen zu lassen, die möglichst fit sind. Und insofern wird natürlich der Patient gewissermaßen auch durch die Transplantation von jungen Stammzellen verjüngt. Nun ist es ja so, dass Sie neues Blut bekommen, Stammzellen eventuell auch bekommen. Wussten Sie eigentlich, dass Sie wahrscheinlich sogar dadurch tatsächlich auch verjüngt werden könnten? Ja, okay. Aber darüber habe ich jetzt nicht nachgedacht. Andere schon. Die Life-Science-Industrie ist gierig und will Geld verdienen. Start-ups der Unsterblichkeitsindustrie schießen wie Pilze aus dem Boden. Das geht inzwischen auch Horvath zu weit, der sonst mutige Ideen gerne unterstützt, aber nicht, wenn es nur um den schnellen Profit geht. Therapien zu entwickeln gegen das Altern hat tatsächlich eine Industrie entwickelt, was wir im Englischen Schlangenöl nennen. Es ist oft gar nicht in ihrem Interesse, diese Therapien rigoros auszuwerten. Warum? Weil eine rigorose Studie zeigen würde, dass da überhaupt kein Effekt ist. Also Unwissenheit erzeugt tatsächlich ein Profit für diese Firmen. Und das macht mich als Wissenschaftler sehr wütend. Horvath findet, der Hype um die ewige Jugend sei oft eine Torheit ohne Substanz. Aber wer das Altern besiegen wolle, müsse auch etwas wagen. Die meisten Menschen wollen eine Pille, die sie jünger macht. Und das möglichst bald. Denn die Uhr tickt. Auch viele Forscher in Kalifornien glauben an die Unsterblichkeit. Vielleicht, weil das Jenseits für sie nicht existiert, so sind sie gezwungen, den Traum vom ewigen Leben ins Diesseits zu verpflanzen. Der Bioinformatiker Aubrey de Grey gilt weltweit als Visionär, als das Gesicht der Altersforschung. Sein Credo? Die Grenzen der Biologie sprengen und das Altern besiegen. Wenn wir die Medizin haben, die Altern behandelt, dann gibt es kein Limit, wie lange Menschen leben können. Altern bedeutet krank werden. Und wenn wir Menschen daran hindern, krank zu werden, sinkt die Wahrscheinlichkeit zu sterben. Aubrey de Grey hält die Annahme, dass Altern unvermeidlich ist, für Unsinn. Altern und Tod verdanken wir einem evolutionären, aber reparablen Fusch. Man müsse nur die Schäden im Zellinnern beseitigen. Unsere Zellen haben kein eingebautes Verfallsdatum, so de Grey, und kein biologisches oder physikalisches Gesetz schreibe vor, dass sie älter werden müssen. Das Ideal sei ein epigenetisch dauergewarteter Körper, der nie erlarmt. Stellt euch den menschlichen Körper als eine wirklich komplexe Maschine vor. Im Betrieb entstehen bestimmte Schäden. Die müssen dann jeweils einzeln repariert werden. Von dem Ansatz halte ich überhaupt nichts, tatsächlich. Denn es gibt ja, glaube ich, sechs oder sieben Dinge, die wir nach Aubrey de Grey bei Menschen beheben müssen. Sie müssen die Energie irgendwo herbekommen, um diese ganzen Sachen zu beheben. Und ich frage mich, wo die eigentlich herkommen soll. Und kann man Menschen mit Maschinen vergleichen, die nur repariert werden müssen, um zu funktionieren? Ein einziger Unfall genügt und alles ist vorüber. Überleben ist nichts, das man ein für alle Mal tun könnte, um sich dann entspannt zurückzulehnen. Man muss es jeden Tag, jede Stunde, jede Minute tun. Wäre ein Leben ohne Ende ein Leben ohne Ziel, ohne Sinn? Denken Sie zum Beispiel an eine Geschichte. Eine Geschichte erhält ja im Grunde genommen auch ihren Sinn, ihre Kohärenz. Auch ihre Richtung, wenn sie ein Ende hat. Das Ende definiert dann die Geschichte. Und in diesem Sinn kann man auch sagen, ist das menschliche Leben eine Geschichte, die man erstens mal erzählen muss und diese Geschichte, die auch ein Ende hat. Es muss ja nicht ein Happy End sein. Die Fantasie vom Leben in einer Endlosschleife mindere die Qualität des Erlebten, so der Philosoph. Denn die ewige Wiederholung lasse alles fahl werden. Warum ist verlängerte Lebenszeit nicht unbedingt ein Zugewinn an Sinn? Ja, will man dann immer mehr vom Gleichen? Also will ich zum Beispiel, will ein Federer, will der jetzt noch 25 Jahre weiterspielen und immer noch gewinnen? Ist das dann der Sinn des Lebens? Man kann sagen, ja, dann muss da halt etwas Neues beginnen. Nicht wahr? Okay. Aber um etwas Neues zu beginnen, muss man sich eben zunächst mal diese Fragen stellen. Man muss angeregt werden. Man muss sozusagen gezwickt werden. Nicht mal von diesem Ende, das da winkt. Aber dazu behaupte ich, brauche sie nicht, Lebensverlängerungstechnologie. Das sehen viele Forscher und Investoren anders. Der Wett.de-Erfinder Michael Grewe etwa steckt Millionen in die Lebensverlängerungsindustrie. Sie sei der einzige Motor, um die Pläne der Natur zu durchkreuzen. Deshalb stiftet der Investor auch Opry de Grey Millionen für den Kampf gegen das Alter. Da passiert was ganz Unglaubliches. Ich persönlich gehe davon aus, dass auch die größte Industrie in der Geschichte der Menschheit entstehen wird. Schon jetzt fließen mehr als 20 Prozent der US-Staatsausgaben in das Gesundheitssystem. Ein globaler Milliardenmarkt. Es betrifft jeden auf dem Planeten. Wir reden von einem Markt mit vier Milliarden Kunden. Große Kundenzahlen mit hohem Wettbewerb, wird es heißen, steigende Produktqualität bei sinkenden Preisen. Es wird überhaupt kein Thema sein. Dass es für jedermann zugänglich ist. Absolut. Und man muss ja auch dagegen rechnen, wir werden ja nicht mehr krank werden. Das heißt, alles Geld, was wir jetzt ins Gesundheitssystem investieren, steht ja zur Verfügung, um uns einfach schon gesund zu halten. Grewe veranstaltet Kongresse, auf denen er die Crème de la Crème der Altersforschung zusammenbringt. Dort geht es vor allem um die Verlängerung der gesunden Lebensspanne. Zwar steigt die Lebenserwartung auch so stetig, aber nur ein Viertel der längeren Lebenszeit wird in Gesundheit verbracht. Deshalb wollen Forscher das Altern selbst therapieren. Für sie ist Altern eine Krankheit. Und es sei geradezu unmoralisch, diese nicht zu behandeln. Unsere Gesellschaft macht die Augen zu vom Leiden vom Altern. Meine Großmutter ist an Demenz gestorben. Das ist nicht schön, die zehn Jahre vorher vor allem sind nicht schön. Fakt ist, wir werden das alle erleben. Wir werden, es gibt dieses glückliche Altern und eines Tages falle ich tot um. Das existiert nicht. Wir machen bisher die Augen davor zu, weil es auch keine Möglichkeit gab, was dagegen zu tun. Das ist in meinen Augen nicht so altern, es ist keine Krankheit. Tatsächlich, denn es wird eben jeden, der über 60, über 70 oder über 80 ist, automatisch zu einem Patienten, zu einem kranken Menschen machen. Und dann mit zu einem Patienten machen. Aber bei diesem Begriff sieht man schon, dass eben das Kunde und das Patient tatsächlich ineinander irgendwo verschwimmt. Außerdem, wenn die Menschen medizinisch unsterblich wären, würden die Bevölkerungszahlen explodieren. Wir Menschen bevölkern jetzt schon zu sieben, acht Milliarden die Erde. Irgendwann ist die Kapazität der Erde mal sicher erfüllt. Und je länger wir leben, desto weniger Menschen werden wir insgesamt eben einfach hier mit Energie, mit Nahrung vor allem natürlich versorgen können. Und auch im Sinne der Evolution, die Umweltbedingungen ändern sich. Wir sprechen von Global Warming, Klimaveränderung und so weiter. Der Mensch wird sich auch ändern, zweifellos. Und das geht eben nur über Prozesse von Selektion und Mutation. Und dazu muss die Sterblichkeit einfach tatsächlich da sein, muss die Lebensspanne einer Spezies einfach endlich sein. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen wird, ach ja, da gibt es diese Therapie, die stellt sicher, dass ich keinen Krebs kriege. Aber lass mal stecken, ich möchte nicht, ich kriege lieber Krebs, weißt du, wegen der Überbevölkerung. Das Leben ist ungerecht kurz, findet Steve, der Katholikist. Wir würden dessen beraubt, was wir noch hätten erleben können. Ein Mensch sollte eigentlich frei sein, so lange zu leben, wie er möchte. Und in dem Sinne interpretiere ich den Tod als eine schlechte Sache. Der Tod ist mein Feind, sozusagen. Wenig ist sicher im Leben, aber eines gilt bisher als gewiss. Jeder von uns wird sterben. Wann aber der Sensemann vorbeikommt, stand bisher in den Sternen. Nun sollen die Gene Klarheit verschaffen. Horvarts Lebensuhr erlaubt eine statistische Vorhersage über die höchstmögliche Lebenserwartung. Sie errechnet das Verfallsdatum des Körpers oder anders gesagt, das erwartbare Sterbedatum. Unser Todesurteil, eine mathematische Formel. Wie viel Lebenszeit ein jeder noch hat, hänge aber auch von den Lebensumständen ab, findet Steves eineiiger Zwillingsbruder Markus. Er ist Psychiater in Los Angeles. Anders als Steve kann Markus dem Altern auch viel Gutes abgewinnen. Die Menschen werden wertvoller mit dem Alter. Man hat mehr Erfahrung, man hat mehr Fähigkeiten, mehr Kompetenzen. Ein junger Mensch meidet oft ältere Menschen großer Fehler. Der ältere Mensch hat so viel Rat zu geben und so viel Weisheit mitzuteilen. Steve hat eine ganz andere Perspektive. Für ihn ist immer die Dringlichkeit, den Körper zu erhalten. Steve will uns mehr Zeit verschaffen. Die könnte auch sein Bruder Markus gebrauchen, denn dieser hat mit 51 zwei Kinder adoptiert. Ich bin sehr gespannt, wer von uns älter ist, weil ich habe eine Blutprobe genommen von uns beiden. Und ich werde die auswerten und wir werden sehen, wer älter ist. So wie Horvath es inzwischen auch bei Paul herausgefunden hat. Der 56-jährige Unternehmer hatte sich als einer von neun Probanden über Monate einen Cocktail gespritzt, der sein altersschwaches Immunsystem regenerieren sollte. Aber ist Paul jetzt tatsächlich biologisch, epigenetisch jünger als vorher? Erstaunlicherweise sehen wir, dass dieses Verfahren das Alter um ungefähr zwei Jahre verjüngt. Und das passiert sogar innerhalb von ein paar Monaten. Eine Sensation. Die erste Verjüngung eines Menschen überhaupt. Diese Resultate sind wirklich sehr außergewöhnlich. Die haben mich total überrascht. Ich hielt es nicht für möglich. Und wenn alles gut geht, dann könnte das tatsächlich eine Kur sein, die zumindest das Blut verjüngt. Länger jung. Regenerieren wie die Fische. Unbedingt, findet auch Genetiker Christoph Englert. Aber ewig leben? Der Altersforscher hat seinen Frieden mit dem Tod gemacht. Die Endlichkeit treibe ihn sogar an. Ich glaube, wir sollten als Menschen mit der uns gegebenen Lebenserwartung von 90, 100 oder vielleicht 185 mal uns abfinden, zufrieden sein und was es in unserem Leben machen. Könnte es nicht sogar kontraproduktiv sein, zu wissen, naja, wir könnten das Interview auch im nächsten Jahrtausend führen? Das ist völlig kontraproduktiv. Ich halte das immer mit Steve Jobs, der gesagt hat, das Beste, was jemals erfunden worden ist, ist der Tod. Denn angesichts des Todes machen wir überhaupt irgendwas. Das muss Horvath anders sehen. Er macht sich Gedanken darüber, ob seine fünfjährige Tochter Lilly lange genug leben wird, um ewig zu leben. Ich denke, die neue Generation, meine Tochter, wird höchstwahrscheinlich schon eine Lebenserwartung von, sagen wir, 100 Jahren haben. Da bin ich eigentlich sehr optimistisch. Gehört Lilly also zur letzten sterblichen oder zur ersten unsterblichen Generation? Was seine eigene Lebenserwartung betrifft, bleibt Horvath bescheiden. Ich nehme mal an, dass ich hoffentlich bis 82 leben werde. Wenn ich erfolgreich bin mit meinem Projekt, dann werde ich vielleicht 20 Jahre länger leben. Horvath hat an den Strand von Los Angeles eingeladen. Zu einer Motto-Party. Die Gäste erscheinen im Vampirkostüm. Denn Blut spielt auch für Steves Uhr eine wichtige Rolle. Auf dem Fest verkündet er, wie alt er und sein eineiiger Zwillingsbruder wirklich sind. Sie feiern ihren 51. Geburtstag. Doch sind auch ihre Zellen, ihr Gewebe, ihre Organe 51? Sind sie auch biologisch gleich alt? Jetzt ist mein Zwillingsbruder Markus dran. Wer ist älter? Offiziell sind wir gleich alt. 51 Jahre. Mein Bruder ist nach meiner Lebensuhr epigenetisch 49. Also zwei Jahre jünger. Jetzt bin ich an der Reihe. Offiziell bin ich 51, aber epigenetisch 55. Steve ist nicht älter, aber eindeutig schneller gealtert als sein eineiiger Bruder Markus. Das biologische und das chronologische Alter gehen also nicht im Gleichschritt. Tatsächlich ist die epigenetische Uhr aufschlussreicher als die bloße Zahl der Lebensjahre. Denn sie zeigt den biologischen Zustand unserer Zellen an und nicht nur die vergangene Zeit. Vielleicht hat Horvath nicht das komplette Uhrwerk ergründen können, das in unseren Zellen tickt. Aber er hat die Feder gefunden, die das Uhrwerk am Laufen hält. Und ist überzeugt davon, dass man an dieser Uhr drehen kann. Und wird. Und wird. Untertitelung des ZDF, 2020